So, ähm, ich habe ein paar Leute getötet, wie ihr hier seht. Also ein paar die Leute angekloppt, die mich halt vorhin, die ich vorhin mit der Granat nicht erwischt habe. Ich habe den Sniper da oben mit der Nanosuit erledigt, den wieder. Ähm, und jetzt versuchen wir unser Glück, ähm, weiter. Das dumme ist, ich muss natürlich die ganze Basis säubern, ne? Das reicht ja nicht, dass man vielleicht, wo nur mal so ein bisschen was kaputt macht. Ich stirb, verdammt! So, bloß. So, bloß, ich habe die beiden jetzt erledigt. Ist natürlich geil, ne? Ah, da kommt schon die nächste. Ist immer lustig, dass immer nur beim Linken irgendwie die Kamera nach oben schwenkt. Das ist ein bisschen verwirrend. Dann zuckt es immer danach noch nach oben. Jetzt habe ich keine Munition mehr, das ist natürlich auch toll. Alles verballert. Das heißt, ich nehme meinen G, stirbt, du Sau. Die Sau ist gestorben. Haben die hier vielleicht auch Munition? Ah, Munition. Ah, verstecken. Maximale Panzerung. So. Ich mach mal hier. Was ist der, was mich fragt? Wo ist der Raketenwerfer, den ich vorhin gerade eben noch in der Hand hatte? Hier, Arschlöcher. Ich wollte den... Da ist ein Panzerkontrollen. Ich nähre mich jetzt dem Steinbruch. Ihr wimmelt das von Koreaner. Wollen Sie wirklich heran? Das ist unsere einzige Chance. Sichern Sie das Gebiet, dann schicke ich meine Fügel. Das ist wunderbar, weißt du. Den kriegst du auch super leicht platt hier, ne? Autsch, dankeschön. Wunderbar gemacht. Ich nähre mich jetzt dem Steinbruch. Hier wimmelt es von Koreanern. Wollen Sie wirklich hier landen? Das ist unsere Einzige Chance. Maximale Panzerung. Sicherlich, dann schicke ich meine Fügel. Weiter, weiter. Karmfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So, jetzt habe ich ihn. Tschüss. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin einfach nur scheiße dumm, ne? Drecksspiel. So, ich habe ihn endlich gekriegt und he... Bam, tot. Ballert nur rum, ihr Penner. Das hat sich jetzt echt verpisst, ey. Ui, fick dich. Fick dein Mutter. Bitte sag mir... Nein, ich habe nichts. Ich kriege ihn nicht, Leute. Ich kriege ihn einfach nicht. Alter, Alter! Tja, ne? Jetzt kriege ich ihn. Dann, wenn ich im Feuer stehe. Wunderbar. Ich habe keine Lust auf den Penner. Natürlich wollen die hier landen. Die wollen nämlich, dass du als Einzelner Meinen hier einfach alle platt machst. Weißt du? Das ist wieder sowas von wunderbar. Jetzt marschiert der Penner da mit seiner dummen Minigam drum und es wackelt wieder alles ohne irgendeinen Grund. Jetzt ist hier schon der Unterleister, was fick dich. Noch einer. Ich glaube, das ist Absicht, oder? Weil auf leicht war immer nur einer hier. Und nicht vier oder fünf. Ich habe ihn jetzt gesehen, oder hat er nicht? Ich habe ihn nicht mehr getroffen. Toll. Egal, verpiss dich. Ganz einfach. Verpiss dich. Hilfe! Ich habe Angst. Jetzt schießt er wie blöd irgendwo hin. So ein Vollhorst, ey. Wunderbar. Wunderbar. Tarnfeld aktiviert. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir die zwei hier platt kriegen, ohne dass uns der Panzer sieht. Energie kritisiert. Die zwei haben wir wunderbar plattgekriegt. Tarnfeld aktiviert. Tarnung. Deckung. Speicherung. Jo, im Nomad. Yay, Nomad. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, wir haben noch so drei, vier Minuten. Was kriegen wir damit hin? Nichts. Aha. Seht ihr? Jetzt habe ich wieder den Raketenwerfer. Und ich habe nichts anders gemacht. Wie sie schießen. Gut, okay. Wir speichern wieder einmal. Denn wir haben den Panzer losgeworden. So. Sind, sind, sind den Panzer losgeworden. Nicht haben ihn losgeworden. Sollte er in meinem Deutsch fallen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Wie guckt behindert man? Wie kriege ich die jetzt tot? Das ist ein Bug, oder? Guckt mal. Auf der Minimap. Ich kann mich drehen und hin und her gucken. Oh. Das finde ich unlustig, Leute. Deswegen würde ich sagen, ich verstecke mich jetzt hier. Speichere. Und sage Tschüss bis zu den nächsten zwei Folgen von Crysis. Yay. Wenn es wieder heißt, verzweifle mal irgendwelche Hedis total scheiße gescriptet sind. Okay, ciao. Von wegen bis zum nächsten Mal. Denn. Denn, 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 denn. Verpiss dich. Ähm, ich hab's scheinbar nicht geschafft, richtig auf die Uhr zu gucken. Ich hab ja noch nichts. Noch ein paar Minütchen. Äh. Nicht gesehen. Tschüss, ey. Ich kann auch nicht. Das ist nicht genial. Das ist total geschissen. So, ich bin hier. Tschüss. Nö. Sobald man Tamod es an, macht sofort. Wir aufhören zu schießen, du Panner. Da unten ist einer. Ach, das ist mir egal. Hilfe. 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 Maximale Panzerung. Ja, genau. Maximale Panzerung. Maximale Dummseindung. Äh, ja. Schaut euch den Wichser an. Schaut euch diesen Wichser an. Seht ihn euch gut an. Und ihr habt ihn leider nicht zum letzten Mal gesehen. Habe ich ihn jetzt vertrieben? Nein, habe ich ihn nicht. Er raucht nicht mal ein bisschen. Oder doch. Nein. Ja, 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 ja. Genau. Fiss dich. My boy. Das war wieder mal schmerzhaft für unseren Superhelden. Nein. Du Hurensohn, das war meine letzte Chance, die abzuknallen. Arschloch. Muss ich die jetzt auch mit dem MG runterholen? Ey, nee. Na. Genau deswegen. Nö. Nö. Ja, ja. Gieß es, du triffst mich hin. Ich bin nicht hier. Danke. Jetzt bin ich tot, oder? Ja, das wird aktiviert. Das Auto kann ich nicht einsteigen, weil es gleich in die Luft gehen würde. Ich hasse es. Leg da einen Paketenwerfer. Da liegt der eine, oder? Und... Dann wird alles umsonst verschossen, Räger. Komm her, du Muschel. So, was hast du jetzt? Davon leg dich hin, verdammt. Meine Fresse. Wenn da drüben ein Gegner steht, dann legt man sich hin. Kost es, was es wolle. Ob da jetzt irgendwas im Weg ist oder auch nicht. Ich... Ja, schau, jetzt kommt er daher. Egal. Zumindest sind wir den Helikopter losgeworden. Und jetzt machen wir nochmal kurz Scheiße. Ich find's lustig. In dem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Part.